Lieber Wilhelm, als ich 1985 zur Tagesschau kam, da gehörtest du zu den prominentesten und bekanntesten Fernsehgesichtern Deutschlands. Ich war sehr nervös und der Erste, dem ich hier begegnete in Hamburg, warst du. Und du hast mir die Nervosität genommen und mir die Ruhe gegeben, die man braucht, wenn man sich irgendwo vorstellt. Über die Jahre sind wir uns immer verbunden geblieben und ich habe dich immer bewundert für deine leise und trotzdem sehr direkte Art. Du hast mit einem Heraufziehen der Augenbraue dein Missfallen auf eine unnachahmliche Art und Weise ausdrücken können und wenn dir etwas sehr gut gefallen hat, dann hat dein knorriger norddeutscher Humor das auch präzise ausdrücken können. Ich habe dich immer bewundert für deine Liebe zur Literatur, für dein unglaubliches Wissen über Kultur und vor allen Dingen über Norddeutschland und die norddeutsche Sprache. Du bist ein wahrer Schöngeist. Ich möchte dir von Herzen alles Gute wünschen, dir noch viele, viele, viele Jahre gönnen mit all den Hobbys, die du hast, mit den Vorlieben, die du hast. Alles Gute zum 80. Geburtstag.